Wir könnten, wo müssen wir hin? Ach, hier. Komm hier gleich rein. Können hier rein. Jetzt sind wir wieder sicher und können unsere Gradzahl wieder auffrischen, ne? Boah, wie dunkel es hier ist. Rüste ihn aus, um Ressourcenverstecke zu finden. Wir müssen den Generator noch hier anmachen, ja. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand kommt. Schön an die warme Lampe. So, weiter geht's. Oh, Regen und Schnee, cool. Boah, endlich mal die Landschaft hier mal genießen, ne? Das sieht immer geil aus, finde ich. So. Wow. Ah komm, die machen wir alle locker platt. Kein Problem. Ich habe ja hier meine Karabiner, die tut das Übrige. Meine auch, natürlich. So. Meiner, meiner tut nur seine Arbeit. Hier ist wieder so eine Faller. Dings. Okay. Leuchtfackel. Ja. Ah, da vorne ist. Ah. Wie nennt man das Teil nochmal? Schnee, äh. Wie nennt man das Teil? Weißt du's? Dieses Schneeräumungsmaschine. Alter, verzieh dich. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich fände es gerade auch nicht ein. Ich weiß es eigentlich. Schnee, Schnee, Dings, wie heißt es? Pistenraupe, genau. Pistenraupe heißt das Teil. Jetzt, ja, heißt so. Pistenraupe? Damit kannst du den ganzen Schnee und so klapp machen und so. Richtig geil. Also, noch ein Boot kennengelernt. So. Alter, jeder geht auf mich drauf irgendwie. Okay, 25 Grad. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Was ist hier? Sie mögen mich. War'n hier schon? Lass mal da vorne gehen. Ey, hier waren wir noch nicht. Warte auf Partner. Komm' mal mit. Hier. Da war'n Monster hier gerade. Komm' mal mit. Wir können hier überall hinlaufen. Ist voll geil. Hier, da siehst du doch. Munition hier. Ja, ich guck mich hier rum. What the fuck? Ich muss hier rein. Oh, ja. Hier ist wieder schön warm. Oh. Ey. Komm' mal. Ja? Vorne war noch was, wo wir reinkommen können. Komm' mal mit. Komm' mal einfach zu mir. Bitte. Jo. Jo, 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 jo. Warte, warte. Also. Ey. Vorsiel. Scheiß' doch auf den jetzt. Der ist doch eh tot. Hier vorne. Einmal. Wir können hier einmal vorne hin. Da brauch' ich einen Schneeanzug. Und dann können wir hier nochmal rein. Ich weiß zwar nicht, was wir machen müssen. Äh. Deswegen wollte ich dich ja noch mitholen. Hier rein? Ach so. Ja, okay. So, einmal rein. Was gibt's hier? Ich will da rein. Ah, hier ist auch nochmal so'n. Cool. Ah, das ist der Typ, ne? Hol' mich der Typ. Da, am Anfang. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Und im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist wie nebenher. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also, haben wir, haben wir nicht nachgesehen. Ich geb dir noch gerade was. Medipack. Kapitel 9. Was ist das denn? So. Ich schenk dir immer Sachen. Merkst du das? Ja. Ey, wir hätten aber woanders auch noch hingehen können. Was, kurz? Die Bank. Ach, ja. Die Bank macht mobil. Heißt es nicht, die Bahn macht mobil? Egal. Objekte herstellen. Meiner war halt, äh... Meiner war halt die, äh... Die... Gedachte. Jojo. Du weißt schon. So. Ah, jetzt kann ich hier... Herstellung nicht möglich. Boah, noch Ressourcen. Ich jetzt nicht möglich. Wolfram, Alter, ich brauch das jetzt. Oh Mann ey, das kotzt mich so an. Dieses Wolfram, das haben wir... Weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? Zweieinhalb Stunden oder so? Keine Ahnung. Oder? Zwei Stunden... Zwei Stunden und 47 Minuten. Und wir haben noch kein Wolfram gefunden. Das kann doch nicht sein. Anscheinend... Doch, bei mir schon. Bei mir, äh... Ich hab... Ich hab sieben Stück davon gefunden. Warum finde ich keine? Weil du keine Schildkröte... äh... Dings machst. Meine... Meine... Meine Schildkröte findet... Immer diese Viecher, Alter. Aber hier jetzt doch nicht. Hier kann doch keins sein. Guck. Denk an meine Worte. Mach das. Ja, aber hier sind sicherlich keine. Weil ich guck hier ja. Explizit danach. So, ich geh wieder raus. Ja, aber wie kann das dann sein, dass die... Die Schildkröte... Äh... Dass die Schildkröte, äh... Wolfram findet immer. Ja, aber Wolfram kann man doch auch so normal finden, oder? Und da geht das nur mit den, äh, mit der... Schildkröte. Naja, ich geh mal raus wieder. Das muss nämlich noch woanders hin. Schienenbeschleuniger. Oh, warten auf den Fahnden, da steht da schon wieder. Kann ich nicht allein mal kurz wohin? Weil du bist immer so lange beschäftigt, das ist das Problem. Ja, ich will halt so einer, weißt du? Ja, aber wir müssen noch mit dem Schneeanzug, weißt du? Komm mal mit. Schätzchen. Wir müssen, ähm... Noch mit dem Schneeanzug da rein in dieses Teil gehen. Aber guck, da vorne ist nämlich noch so... So ein Raum. Und da müssen wir... Brauchen wir einen Schneeanzug für. Verstehst du? Hier. Schneeanzug? Hm, keine Ahnung. Hat er gemeint vorhin irgendwas? Guck, hier sind die Laser. Lasers. Schlicht. Macht er uns was, der Laser? Nee, oder? Haben wir keinen Schneeanzug, oder was? Nein, leider nicht. Ah, Tesla-Kern. Das hab ich auch aufgehoben gerade. Ich brauch das auch. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ja, aber ich hab keinen. Soll ich jetzt machen? Einfach das Teil am Arsch, Mann, oder was? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Wayne. Weil, weil wir sowieso keinen Schneeanzug... Ja, haben wir Pech gehabt, sozusagen, ne? No go. Ziel wird mir gar nicht mehr richtig angezeigt. Wenn wir auch nicht. Naja. Würste also warten, äh, raten mein ich. Aber hier waren wir doch gerade eben schon. Der ist anscheinend tot. Na, der hat es erwischt. Hier. Hier ist auch verriegelt. Brauchen die sich hier was mal... Genau, diese Muttern da. Das fehlt. Warte mal, da vorne. Da säg ich doch... Da säg ich doch welche hier. Da säg ich doch irgendwo was geben, glaub ich. Hier, siehste hier. Ja, also, diese Teile hier. Also, du kannst ja noch eine mitnehmen. Ja, ein. Dann haben wir zwei nämlich. Dann platzieren wir die da einfach rein. Die machen wir dann... Genau. Dann haben wir auch mal hier Strom. No, der fliegt einfach weg. Warum will er nicht da rein? So, jetzt will er da rein. Na, ich hole noch den. Ich hole noch den Triller, okay. Funktioniert. Ja, brauchen wir noch ein, ja, oder? Ich will nicht mehr auf Sicherheit. Einfach nochmal. Wenn hier einer ist. Ach, hier ist gar keiner mehr. Also, dieser Generator läuft auf jeden Fall. Aber wir haben hier immer noch keinen so richtig funktionssüchtigen... Ja, deswegen hol ich ja noch das nächste Zahnrad und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. So. Wie platziere ich den Scheiß jetzt hier? Nein, nein, nein. Hier, ich hier nicht mehr. Soll, sie ist reingeflogen. Egal. Glauben Sie, Norton hatte recht, dass wir nicht hätten herkommen sollen? Ja, guck, siehst du, da ist das Teil. Geht doch ohne. Ah, nein, doch nicht. Das ist weg. Er wird nicht der Letzte sein. Ja, werden Sie bloß nicht allzu rührselig. Keine Angst. Und Sie sollten sich nicht von einer Frau ablenken lassen. Jeder ist entbehrlich. Nein, so kaputt bin ich nicht. Ellie bedeutet mir mehr als diese Mission. Und was ist, wenn es Sie erwischt? Hey, Isaac. Was machen Sie, wenn Sie alles verlieren, was Ihnen wichtig ist? Sagen Sie es mir. Wann sind Sie gearrscht, Clark? Ja. Ich schau mal, wie der grinst, Alter. Die Fahrt war aber auch ganz schön lange, finde ich. Ja, stimmt. Also für ein Aufzug irgendwie jetzt gerade nicht so das Scheiße. Ware. Wo ist es hin? Klappe zu. Und Augen auf. Kompakter Standardrahmen, da bin ich doch dabei. Gucken wir doch mal. Dann gebe ich Ihnen noch ein paar Medi-Packs, weil ich brauche den Scheiß eh nicht, weiß sie ja. Ah, kompakter Standrahmen. Der ist eh besser bestimmt. Oder was? Habe ich den jetzt oder nicht? Ja, ich habe es ja. Sehr schön. Alter, immer gibt er mir irgendwelche Gegenstände. Ich bin recht spendabel, weil er nicht voll ist. Habe halt einfach zu viele Sachen. Ich habe keine Ahnung, was da lag. Ich habe einfach mal mitgenommen. Munition oder sowas. Oh, da kommen Viecher. Ausstrahl wird gespeichert. Jawohl. Ach du Scheiße. Na endlich. Boah, lass mich in Ruhe. Ein kleines Bastard. Fickt euch. Wollen, was die für Töne von sich geben. Das ist eh das Schlimmste. Und jetzt alle Munition und so nehmen. Boah, Altmetall, Ressourcen. So, soll ich die Schildkröte jetzt mal aufstellen? Ja, ja, ja. Mach mal wirklich. Das ist nur mein Tipp. Mach die doch jetzt mal dahin. So. Hier ist nichts mehr, okay. Da hinten ist doch noch was, oder? Yeah. Geil. Ja, da lag auch noch was. Ja, das dürfte es soweit gewesen sein. Perfekt. Okay. Lass mal weitermachen, oder? Dann haben wir alles, oder? Soll ich die Schildkröte wieder nähern? Was macht denn der? Komm, komm. Der analysiert diese Sachen. Ja. Aber der findet nichts. Komm, jetzt. Soll ich die einfach liegen lassen, oder was? Ja, ja. Ja, 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 wir, guck mal, in der Bank, da steht dann, dass diese Schildkröte diese Sachen also mitgenommen hat. Sowas. Ja, sowas also. Das ist alles. Boah, hier kommt wieder welche. Bis zum nächsten Mal.